Willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt weitere Informationen zum nächsten COD, zu COD 2016. So werde ich das COD weiter nennen, bis wir offiziell wissen, wie das nächste COD heißt. Noch ist da ja leider noch nichts bestätigt. Und es ist so, dass es ein paar Informationen zum ersten Gameplay gibt und zu einem Community-Event zu COD, was von Activision auch abgehalten wird dieses Jahr. Und wir schauen uns die ganzen Informationen mal an. Den Anfang, den macht erstmal der Termin zum ersten Gameplay. Und zwar wurde angekündigt, dass das erste Gameplay zu COD 2016 auf der E3 gezeigt wird. Und die E3, die findet statt vom 14. bis zum 16. Juni. Das heißt, irgendwann in diesem Zeitraum dürfen wir mit dem ersten Gameplay rechnen. Ich denke mal, das ganze Gameplay, das wird wieder auf einer Konferenz gezeigt von Sony. Das heißt, auf der Sony-Konferenz, auf der Playstation-Konferenz wird sehr sicher auch das nächste COD dann vorgestellt. Letztes Jahr wurde dort auch der Multiplayer-Trailer gezeigt. Und deswegen ist es, denke ich, sehr wahrscheinlich, dass auch dieses Jahr wieder diese Konferenz genutzt wird. Ob wir dann zur E3 wieder Multiplayer-Gameplay bekommen, wie bei Black Ops 3, oder ob das Singleplayer-Gameplay sein wird, wie bei den ganzen letzten CODs, ist noch nicht klar. Falls wir Multiplayer-Gameplay bekommen, dann ist eben der Zeitplan wieder so, wie bei Black Ops 3. Falls wir allerdings dort Singleplayer-Gameplay gezeigt bekommen, dann würde das bedeuten, dass wieder der alte Zeitplan genutzt wird, was dann gleichzeitig wieder bedeuten würde, dass wir den Multiplayer-Reveal sehr, sehr sicher auf der Gamescom bekommen. Das heißt, auf der Gamescom in Köln würde dann wahrscheinlich der Multiplayer-Reveal stattfinden und im August würden wir dann eben den Multiplayer-Trailer zum nächsten COD bekommen. Ich bin da mal sehr gespannt. Ich persönlich muss sagen, ich finde es fast schöner, wenn der Multiplayer-Trailer erst auf der Gamescom gezeigt wird im August. Dann hat man auch noch ein bisschen Zeit, sich irgendwie auf den Singleplayer zu konzentrieren und das aktuelle COD wird nicht ganz so stark überschattet, so kann man es vielleicht sagen. Also während dem ganzen Hype zu Black Ops 3 und während den ganzen Trailern ist der Advanced Warfare so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ich fände auf jeden Fall schade, wenn das Gleiche mit Black Ops 3 passiert. Weiter ist es dann außerdem so, dass es auf der E3 keinen Stand für Call of Duty geben wird, keinen Extrastand, den Activision für Call of Duty einrichtet, was auf jeden Fall recht ungewöhnlich ist. Der COD-Stand war auf jeden Fall immer einer der größten Stände auf der E3. Das wird diesmal nicht so gemacht, sondern stattdessen wird alles, was COD beinhaltet, auf dem Playstation-Stand gezeigt. Das heißt, da gibt es dann einen extra COD-Bereich. Allerdings, dafür hat Activision angekündigt, dass es ein recht großes Community-Event geben wird und zwar meint Activision, wir halten ein großes Community-Event ab, welches Fans einen speziellen Einblick und Zugang in die Welt von Call of Duty gewährt. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Für mich hört es sich an wie so eine kleine Messe rund um COD. Das heißt, eine Messe, die zwar für eine Messe klein ist, allerdings eine Messe, die dann komplett nur ums Thema COD geht, was natürlich wieder recht groß wäre und auf jeden Fall mehr Platz und so weiter bieten würde, als so ein Stand auf der E3. Und so ein bisschen erinnert das vielleicht an die COD XP. Das war so ein Event, so eine große Messe, die stattgefunden hat für MW3. Und da war es wirklich so, dass die ganzen Fans von COD hinkonnten. Es gab irgendwie Paintball-Anlagen, wo man Paintball spielen konnte. Man konnte COD dort anzocken. Man konnte irgendwelche anderen Events machen. Alles rund um COD. Und vielleicht wird sowas wieder gemacht. Da bin ich mal gespannt. An sich auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. Würde allerdings natürlich allen Leuten aus Deutschland jetzt nicht ganz so viel bringen, wenn das irgendwie in den USA stattfindet, wo es sehr, sehr sicher stattfinden wird. Dann kann man da nicht einfach irgendwie als Fan mal kurz hinfliegen. Ist dann vielleicht doch ein bisschen zu teuer für so ein COD-Event. Von daher an sich eine gute Idee. Würde jetzt aber uns hier nicht wirklich viel bringen. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Das waren die Informationen zum nächsten COD, die rausgekommen sind gestern. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Sache sagt. Würdet ihr euch auf der E3 schon Multiplayer-Gameplay wünschen oder erst auf der Gamescom? Und was würdet ihr zu so einer COD XP sagen, beziehungsweise zu so einer Messe, die komplett nur auf COD ausgelegt ist, würde mich auch interessieren. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen gibt. Das heißt, falls ihr da nichts verpassen wollt und neu seid, dann lasst gerne ein Abo da. Und falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr außerdem gerne eine Bewertung da lassen. Das war es dann von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Video.